Ich heiße Abdullai Osman, ich komme aus Somalia, bin seit 1992 in Österreich, bin Sozialarbeiter und arbeite im Sozialamt, eine Infostelle. Warum ist Radiofabrik wichtig? Weil, wenn ich Radiofabrik höre, dann habe ich das Gefühl, in dieser kleinen Stadt Salzburg sind auch so viele Menschen, die man so erkennt, ihre Sprache, ihre Musik, ihre Sendungen und das ist nur bei Radiofabrik möglich. Das ist dann ein Grund, warum jede Frau oder jeder Mann, die gesund ist, unbedingt Radiofabrik hören soll und auch unterstützen soll, dass Radiofabrik weiter ihre Arbeit macht. 20 Jahre, jetzt erst recht.